Lass uns heute die Rhetorik des reichsten Mannes der Welt analysieren, Elon Musk. Was macht er als Rhetoriker gut? Was können wir von ihm lernen? Und gibt es Fehler, die er bei Vorträgen immer wieder macht? Für eine kurze Analyse reicht es eigentlich, dem Mann 60 Sekunden lang auf YouTube zuzuschauen. Insofern kommt gleich ein kurzes Videoschnipsel von ihm. Und in den 60 Sekunden achtest du bitte auf drei Dinge, auf die jedes Publikum auch bei dir achten würde. Nämlich Punkt Nummer 1, wie viele Amps macht er eigentlich? Punkt Nummer 2, wie gut ist sein Blickkontakt zum Publikum? Und Punkt Nummer 3, wie sind eigentlich seine Gesten? Viel Spaß mit Elon Musk und einer kleinen Analyse danach. Und dann we'll take just questions from the audience. And so one of the questions is, how does Tesla intend to utilize cash in the coming years? Will we increase CapEx? Well, I guess you can read the question. Share of Ibex, dividends, or acquisitions? Well, it's interesting. Tesla's actually done very few acquisitions. Apart from the SolarCity acquisition, it was the only really big acquisition we did. And the next largest would be Tesla Grohman. But Tesla's actually used a remarkably small amount of its equity to do acquisitions compared to other companies. The vast majority of our growth, basically 90% of our growth, has been organic. Which I think is actually a really good thing. But if we do see interesting companies, we will acquire them. But it's quite rare for us to acquire a company. Ja, ich weiß nicht, ob du mitgezählt hast, aber die Anzahl der AMs war unglaublich hoch. Zudem war sein Blickkontakt häufig abschweifend nach oben oder zur Seite und er hat kaum Gesten benutzt. Also ein klassischer Rhetoriktrainer würde sagen, Elon Musk ist ein schlechter Rhetoriker. Zudem, wenn wir etwas tiefer in die Analyse der Stimme gehen, fällt auf, dass er sehr unrhythmisch spricht, dass er kaum Emotionen mit seiner Stimme transportiert und die Frage, die vom Publikum hochgevotet wurde, selbst die Frage liest er falsch vor und muss sich selber korrigieren. Man könnte also nach der heutigen Rhetorik oder nach den Standards von heute sagen, Elon ist ein schlechter Rhetoriker. Aber wenn du mir hier auf YouTube folgst, dann weißt du, ich bin kein klassischer Rhetoriktrainer, sondern ich bin ein Trainer für Argumentorik. Und Argumentorik steht für argumentative Rhetorik. Wir sollten uns also gar nicht so viele Gedanken darüber machen, ob wir immer Blickkontakt halten mit unserem Publikum, ob wir mal etwas weniger gestikulieren oder auch mal etwas unrhythmisch sprechen wie Elon Musk, sondern im Zentrum eines guten Rhetorikers steckt das Argument. Hat er es drauf, die Fragen auch wirklich zu beantworten? Und da müssen wir sagen, Elon Musk geht auf diese Frage sehr genau ein und antwortet auf alle Teilaspekte dieser Frage. Ich werde dir auch unten in der Beschreibung den Link zu dem gesamten Meeting posten und du wirst sehen, wenn du dir diese circa 30, 40 Minuten anschaust, dass Elon Musk auf jede Frage inhaltlich gut eingeht. Bedeutet also für uns, wir sollten uns weniger Gedanken machen, um die oberflächliche Rhetorik, die heute so weit verbreitet ist. Also als Führungskraft sollte ich doch gut dastehen, ich sollte viel gestikulieren, ich sollte Blickkontakt zu meinem Publikum halten. Nein, als gute Führungskraft, die ein Unternehmen im Wert von mehreren Milliarden Dollar aufbaut, sollten wir darauf achten, dass die Inhalte stimmen. Und diese inhaltsorientierte Rhetorik, die ich Argumentorik nenne, die möchte ich dir bei einem Event von mir etwas genauer vorstellen. Und zwar insbesondere dann, wenn du eine Führungskraft bist oder eine Führungskraft werden möchtest, lade ich dich ein, am 5. und 6. November live dabei zu sein bei meiner sogenannten Führungskräfte-Challenge. Es ist für alte Hasen, aber auch für plötzliche Führungskräfte und die, die es bald werden wollen. Und dort möchte ich dir mein Konzept der fünf Rollen einer Führungskraft vorstellen. Es geht darum, dass eine effektive und sympathische Führungskraft eben nämlich diese fünf Rollen in sich vereint. Und zwar die Rolle als guter Kommunikator, Stichwort Elon Musk, die Rolle als Manager, als Teamleader, als Psychologe und als Problemlöser. Und diese fünf Rollen einer Führungskraft, die wirst du am 5. und 6. November von mir in deinem Wohnzimmer erfahren, wenn du möchtest. Und das absolut kostenlos. Das Event findet auf Zoom statt und anmelden kannst du dich auch über den allerersten Link in der Beschreibung. Zusammen machen wir dich zu einer unglaublich guten Führungskraft und wer weiß, vielleicht schreibst du auch bald Zahlen ähnlich wie Elon Musk.